Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Sida für euch der Laden-Crosher und heute zeige ich euch hier ein Nacktschnecken-Netz. Ziemlich eklig. Es wird auch nur ein kurzes Video, ich wollte euch das nur mal zeigen. Hier in meinem Garten sind schon ganz schön viele Nacktschnecken. Und hier überall voll eklig. Hier und hier überall. Ich sehe viele. Ich zoom mal ran. Da. Ihre Fühler. Und wieder weg. Dann würde ich sagen, was ist auch jetzt schon mit dem Video. Bis zum nächsten Mal und tschüss.